Herzlich willkommen beim Wetter. Die Eishaligen kommen in diesem Jahr ein kleines bisschen verfrüht. Normalerweise sind sie vom 11. bis zum 15. Mai. Dieses Jahr haben sie jetzt schon begonnen. Denn heute Morgen war es zum Teil ganz schön frostig. Nicht nur in unseren Bergen, wie z.B. auf dem Fichtelberg mit minus 4 Grad. Auch in Bad Muskow, in Holzdorf, in Hoyerswerda, in Dresden und in Görlitz war es heute Morgen frostig. Und das nicht nur am Boden in 5 cm Höhe, sondern in 2 m Höhe. Und auch die kommenden Nächte sehen noch ziemlich frisch aus. Auch tagsüber brauchte man heute die dicke Jacke. Es gab jede Menge Wolken, vereinzelte Schauer. Hier und da aber auch 5 bis 9 Sonnenstunden. Aber die Temperaturen, die lagen gerade mal so zwischen 7 und 12 Grad. Normal wären jetzt Höchsttemperaturen um die 17 Grad. Aber es geht aufwärts mit den Temperaturen ab übermorgen. Morgen haben wir es noch mit einer nördlichen Strömung zu tun. D.h. auch die kommende Nacht kann noch mal ziemlich frisch werden. Und auch die Nacht zu Donnerstag. Aber dann sollten wir die Eishalligen hinter uns gelassen haben. Und es wird deutlich milder. Morgen kämpft ein kleiner Warmfront eines Tiefs nördlich von uns mit Hochdruckeinfluss südlich von uns. D.h. wir liegen genau dazwischen. Und es wird recht ungerechtes Wetter geben. Heute Nacht wird es aber verbreitet. Sterne zu sehen geben, v.a. Richtung Thüringen längere Zeit. Hier heißt es dann aber wieder Bodenfrostgefahr. Frostgefahr in ländlichen Regionen ganz weit oben und in Hochtälern sogar wieder Frostgefahr. Ansonsten sind zum Teil die Wolken ein bisschen dichter. Letzte Schauer derzeit Richtung Oberlausitz, aber die ziehen in den nächsten Stunden heraus. Insgesamt Temperaturen von plus 5 bis minus 2 Grad. Frostempfindliche Pflanzen sollte man besser noch mal hereinholen bzw. abdecken. Morgen Vormittag gibt es Richtung Altmark recht dichte Wolken. Hier ganz vereinzelt ein paar Tropfen möglich. Je weiter man nach Norden kommt, desto größer ist hier die Chance. Ansonsten v.a. Richtung Werratal und Thüringer Wald recht freundlich. Am Nachmittag insgesamt mehr Auflockerungen. Das Ganze bei noch recht frischen 9 bis 15 Grad. Aber ab Donnerstag wird es wärmer. Der Donnerstag selbst schön, danach leicht wechselhaft. Aber immerhin müssen wir nicht mehr frieren. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017